Und Willkommen zu Rocket Jaguar, erst mal hier den ersten Ballkontakt, gut, äh, jetzt könnte ich die Rocket wieder ausmachen, so gut, äh, ja, ich habe mir gedacht, nachdem jetzt ja längere Zeit, also wirklich längere Zeit kein Video mehr auf dem Kanal kam, und ich gerade Rocket Jaguar, das darf ich mir so, könntest du ja mal aufnehmen, und das hochladen, und den Ball eventuell nicht treffen, dachte ich mir auch gerade so, damit mein Mate besser aussieht, so, okay, das war jetzt zum Teil meine Schutz und zum Teil seine Schutz, will ich nicht sehen, Ja, äh, genau, warum kamen so lange keine Videos, ganz einfach, äh, weder Team noch ich hatten Lust auf, äh, Minekraft, und haben im Echtzeit jetzt noch nicht so wirklich, und, äh, keiner von uns ist irgendwie so schlau gewesen, zu sagen, hey, wir nehmen jetzt irgendein anderes Spiel, auf das wir gerade eh spielen, und deshalb ist das jetzt so entstanden, dass so lange keine Videos kamen, bis ich jetzt irgendwann diese super schlaue Idee hatte, den Ball nicht zu treffen, und ich würde mich hier schon einmal entschuldigen, dass ich in diesem Moment wahrscheinlich gar nichts hinbekommen werde, spieltechnisch gesehen, daher, das war ja schon mal der beste Schuss von dieser Runde, bis jetzt, ok, wow, hehehe, ja, das war der Grund, warum es so lange keine Videos kamen, und, ich versuche jetzt, äh, die nächste Zeit auch mit Tim, zusammen, mehr Videos zu bringen, oder generell, überhaupt mal, irgendwelche Videos, und so, ne, ich hab' mein Geuss, ich hab' mein Geuss, ich hab' mein Geuss, ich hab' mein Geuss, der ist drin, ne, er ist drin, ne, yay, äh, ja, das ist so der Grund, ich hoffe übrigens, man hört den Controller nicht, äh, im Hintergrund so sehr, klick, klackern, äh, ja, ich hab' mein Geuss, ansonsten muss ich ihn fürchtet jetzt auf den Tisch halten, das mir nicht so stark gehört, der kommt nicht dran, toll, und der kriegt wieder die Vorlage, ah, ich hab' 70 Punkte, gg hab' ich selber, ähm, ja, das ist so das, was ich eigentlich schon in diesem Video sagen wollte, und ich weiß jetzt nicht, ob ich, äh, zwei Runden Rocket Kit hier mache, oder nur eine, werden wir gleich sehen, wie dann diese Runde geht, das gibt's noch nicht, einmal nach da, wo ist, ich wollte eigentlich schon den Boost haben, ich bin ehrlich, so, oh man, ja, mach' ihn rein, die Tore, die jetzt zwar macht, sind zwar alle nicht so, gut, sag' ich mal, aber sie sind halt Tore, da ist es zum Beispiel wieder, äh, ja, ne, und so, ich will mir Boost, also das Tor ist nicht, ich will mir Boost, aber ich will mir so Boost jetzt, oder hab' es getan, bislang gesagt, so, bitte Lucky einmal, nein, ich bin natürlich nicht Lucky, ich sag' ich bin nicht Lucky, absolut un-lucky heute, wie es aussieht, oh wow, ich denke, trifft hier ein Besprecher ab, das ist erst mal hier kurz im Boost, ey, ist ja schon wieder so dieser Punkt, wo ich bedenke so, könnt ihr mal einen Ball treffen, von dem ich ausgehe, dass ihr ihn trefft, also die Gegner, und der ist wieder drinnen, wow, ich sag' das, das ist Tore, wow, die er die ganze Zeit hat, das ist wieder so ein, richtiges, das ist so ein Tim-Tor, sag' ich mal, und sobald Tim wieder da ist, werdet ihr wissen, warum das so ein Tim-Tor ist, äh, ja, auch schon mal was, ne, oh wow, oh wow, oh wow, weg damit, ich hab' ganz 140 Punkte, naja, hat sich immer verdoppelt, seitdem ich das letzte Mal drüber guckt hab, das ist ja auch schon mal was, ne, wow, wenn der jetzt rein, wäre das lustig gewesen, guck ich dran, ups, den hab ich überhaupt nicht weggerannt, oder so, nein, 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 weg damit, einfach nur weg damit, oh wow, das, wow, okay, das war das Tor, kann man mal machen, äh, ja, jetzt, Sekunden noch, so, äh, äh, das ist doch so an, lucky, boah, puh, jo, das war's dann hier, soweit mit dem Video, ich lass jetzt nur eine Runde, weil es wird sonst vielleicht, wahrscheinlich zu lang bei meinem Glück, und, ich hoffe, ich hab alles angesprochen, was ich ansprechen wollte, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem, der nächsten Videos wieder, bis dahin, ciao, 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 Untertitelung des ZDF, 2020